Diese Frau, die ist gefährlich, sagt die Staatsanwaltschaft. Offenbar ist sie der Ansicht, diese Frau hat sehr viel Kraft. Sie schützt nur mit ihrem Körper die Natur, das Klimawald. Man wirft ihr vor, dies sei ein Einsatz physischer Gewalt. Diese Frau ist eine Bedrohung, man nicht ihren Namen kennt. Ella ist wohl nicht ihr Name, auch wenn man sie grad so nennt. Seit Monaten im Knast, weil sie nicht angibt, wie sie heißt. Und damit, der für die Obrigkeit zeigt, damit für die Obrigkeit, dass sie gefährlich ist, beweist. Die Frau ist vielleicht zierig, aber sie ist riesengroß. Ella ist unbeugsam, unbequem vermusst. Sie hatte vor der Danni-Räumung mit dem Wald besetzt. Diese Frau hat, sagt ein Staatsanwalt, das Recht verletzt. Als sie im Baum sich wehrte gegen den Baum, den Baum der Autobahn, entzog sie sich den Zugriff und mehr hat sie nicht getan. Man wollte sie vom Baum holen, rabiat und mit Gewalt. Darum hat ein Beamter sich auch an ihr Bein gekrallt. Dabei war er gesichert, die Aktivistin war es nicht. Für wen war das wohl gefährlich? Wer lügt, wer ihr Wahrheit spricht? Diese Frau ist vielleicht zierig, aber sie ist riesengroß. Ella ist unbeugsam, unbequem vermusst. Die Polizei will offenbar hier ein Exempel statuieren. Macht sie, was sie will, dann darf man das nicht tolerieren. War es ein Angriff auf Beamte dieser zierlichen Person? Sie hätte einen Mann gefährdet, der Vorwurf spricht der Wahrheit hohe. Diese Frau ist im Gefängnis, weil sie nicht ihren Namen sagt. Verurteilt, weil sie ihn verschwiegt, wird hinter Gittern nun geplagt. Zwei Jahre und drei Monate in Haft, jeden erschreckt. Unverhältnismäßig wird sie in den Knast gesteckt. Die Frau ist nicht leicht zierig, aber sie ist riesengroß. Ella ist unbeugsam, unbequem vermusst. Blieb hier noch was vom Rechtsstaat, der schafft sich gerade ab. Die Polizei bricht selbst Gesetze, stößt ihnen sein Graf. Grüne Minister schauen zu, stellen sich vor die Polizei. Um den Dami zu beschützen, war kein Minister mit dabei. Diese Frau, die sei gefährlich, sagt die Staatsanwaltschaft. Sie hat in einem Recht, diese Frau hat sehr viel Kraft. Was bleibt allein vom Vorwurf als Einsatz physischer Gewalt? Geschützt mit ihrem Körper hat sie Natur, das Klimawand. Die Frau ist vielleicht zierig, aber sie ist riesengroß. Denn da ist unbeugsam, unbequem vermusst.